Vielen Dank! Freut uns, dass wir seit 20 Jahren genau mal wieder hier sein können. Das letzte Mal war hier 1992 und wir werden heute noch ein bisschen mehr säkulare Stücke dazuspielen, da wir in geänderten Sitzungen spielen. Ich stelle euch schnell mal die ganzen Leute vor, wenn ihr alle auf der Bühne steht. Diese drei Jäger gehören schon immer mit zum Stamm-Inverkan, wenn auch exzend. Und heute bei unserem Banjo aus Stuttgart, Jürgen Widder. Und das ist dann Randy Lindbergh vom Club, der von Earthstruck. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.